Der Winkel ist 30 Grad, gell? Das war kein Kurz, Leute. Wir haben jetzt hier 100 Kilo, Negativbank. Was ich jetzt sagen muss, ist erstmal etwas Polster. Bei mir, ich komme damit nicht klar. Ich muss meine Fuß immer hier so drunten drum klammern. Weiß nicht, ob man es sieht, aber ich hake die unten ein. Ich bin in so einem Steidersitz. Sollt ihr auch machen. Wenn ihr mit der Schrägbank erst anfangt, dann fangt erst mit einem 15 Grad Winkel an. Das ist ein doppelt so steiler Winkel. Damit ihr mit der Bewegung klarkommt und dass hier echt zu Koordinationsschwierigkeiten kommen kann. Hier dasselbe. Ich würde empfehlen, zuerst geführt das Ganze machen. Mit einem weniger steilen Winkel. Dann mit einem steileren Winkel. Geführt danach auf die Bank. Man kann es auch mit dem Kurzhantel machen. Mach ich aber ehrlich gesagt nicht gerne. Ich finde, das ist ein schlechtes Gefühl. Was ist dazu? Also magst du auch nicht, oder? Wichtig. Hier drauf soll die. Hier ist das Sonnengewinne, sogenannte Solarplexus. Da soll es drauf. Der Griff ist ein Standardgriff. Ansonsten kann man auch immer ein bisschen enger greifen. Hier würde ich auch erst sagen, wie im Wiederholungsbereich sollte man immer niedrig sein hier. Weil, weil man hier eben nochmal das Ganze, den Rest aus der Brust rausholen kann. Beim Rausdrücken ist es bei mir so deshalb auch immer eng. Versucht vielleicht noch ein Tick enger zu greifen als ich. Bei mir ist es eben so, weil ich eine breite Brust habe, eine weite Brust. Muss ich jetzt nicht noch enger greifen. Und weil ich den Trizeps erst später trainiere. Ansonsten wiederholungsmäßig acht Pause. Anderthalb Minuten. Man kann vielleicht auch weniger machen, wenn man weniger Gewicht macht. Und höchstens zwölf Wiederholungen. Mehr sollten es auch nicht sein. Wir sind bei der nächsten Übung. Viermal am Tag. Nicht nur aus dem Arsch kommt bei ihm Scheiße. Nein. Aus dem Mund kommt bei ihm eine Menge Müll mit. Hast du noch einen abschließenden Tipp für Masse? Leute wollen immer Muskelmasse. Ich will kurz was anmerken. Ich werde hier gerade schon zwei Kameras gefilmt. Bin ich fernsehlich oder was? Ja. Hör mal auf mich zu filmen, Alter. Ja, wie du mir auch sagst. Was meinst du Masse? Ich bin einfach nicht dabei. cap drop bedek. Und fast geht? Weil comparteremos schon mal! Ja. Vielen Dank.